Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Zaunpfosten einbetonieren und dann zum Beispiel für einen Doppelstabmattenzaun natürlich auch noch richtig ausrichten und vor allem setzen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem anderen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man eigentlich so einen Zaun richtig montieren kann, doch in diesem Video soll es einfach mal darum gehen, wie wir zum Beispiel auch so einen Zaunpfosten einzeln auf jeden Fall einbetonieren können und worauf da natürlich auch zu achten ist. Zuerst mal müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen, wo genau unser Pfosten hinkommt und da müssen wir natürlich jetzt auch ein entsprechendes Loch ausgraben. In meinem Fall waren noch die Randsteine auch einbetoniert, weswegen hier noch eine kleine Betonschicht war, die habe ich jetzt weggestemmt und natürlich wäre es am besten gewesen, wenn wir die Betonarbeiten von unseren Randsteinen gleichzeitig mit den Betonarbeiten von dem Zaunpfosten machen, dass das Ganze einfach ein großes Betonfundament ergibt. Bei mir war das Ganze zeitlich aber nicht möglich, weswegen ich jetzt einfach einmal ein Loch mit einem Durchmesser von circa 30 Zentimeter grabe. Normalerweise natürlich auch in diese Richtung 30 Zentimeter, aber bei mir sollte für diesen 1 Meter hohen Zaun auf jeden Fall auch ein halbes Loch ausreichen. Laut Hersteller sind bei diesem Zaun 50 Zentimeter zum Einbetonieren gedacht. Bedeutet das Loch muss auf jeden Fall 50 Zentimeter tief sein und ich grabe aber 10 Zentimeter noch tiefer, also auf 60 Zentimeter, dass ich darunter einfach noch 10 Zentimeter Schotter einbringen kann. Das hat nämlich den Vorteil, dass wenn ich jetzt das Ganze einbetoniere, mein Zaun von unten nicht mit Beton verschlossen wird, sondern wie gesagt ja auf dem Schotter aufliegt und Kondenswasser, was hier innen drin entsteht, somit auch ohne Probleme in das Erdreich abfließen kann. Würde das Ganze von unten nämlich verschlossen werden kann, das Kondenswasser hier sich ansammeln und im schlimmsten Fall im Winter sogar aufplatzen, was wir natürlich auf keinen Fall haben möchten. Das Loch passt von der Tiefe her auf jeden Fall, weswegen ich jetzt wie gesagt auch mal meine 10 Zentimeter Schotterschicht noch ganz einfach in das Loch hineinfüllen kann. Bevor ich es vergesse, wenn ein Zaun doch relativ hoch ist, wie in meinem Fall zum Beispiel und am Ende auch noch Sichtschutz reinkommen sollte, dann würde ich sicherheitshalber auf jeden Fall die Löcher anstatt 30 Zentimeter doch auf 40 Zentimeter erweitern, da wir hier lieber etwas zu viel Beton verwenden sollten. Denn da wirken wirklich am Ende enorme Kräfte drauf, enorme Windkräfte und wir möchten natürlich auf gar keinen Fall, dass unser Zaun am Ende irgendwie hin und her wackeln kann. Das Loch ist richtig vorbereitet und jetzt geht es darum, dass wir nochmal mal genau schauen, auf welche Höhe unser Zaunpfosten kommt und vor allem natürlich auch in welcher Flucht dieser liegen muss. Normalerweise sieht man sich hier für eine sogenannte Richtschnur, diese kann man zum Beispiel zwischen zwei Holzpflöcken ordentlich spannen und die können wir dann an die Unterkante von unserer Zaunhalterung geben. Dadurch haben wir jetzt den Vorteil, dass wir natürlich unsere Höhe bei allen Zaunpfosten gleich haben und der Zaun kann natürlich im Nachhinein auch nicht zickzack verlaufen. In meinem Fall kann ich mich natürlich auch nach diesen Randsteinen hier richten und da schaue ich einfach mal, dass ich meine Unterkante mir hier abmesse und wir können sehen, 4,5 Zentimeter Unterkante bis zu dem Randstein und natürlich von der Flucht her gebe ich meinen Zaunpfosten einfach direkt an den Randstein der Gegner. Ich gebe meinen Zaunpfosten erstmal in das Loch hinein, habe mir übrigens auch schon eine kleine Markierung bei meinen Randsteinen gemacht, wo die Außenkante von dem Zaunpfosten anschließend sein wird und auch eine Wasserwaage drangehängt. Denn ich möchte natürlich auch jetzt meinen Pfosten nicht irgendwie schief hineingeben, sondern der sollte auch schon relativ gerade sitzen. Danach kann ich also mal noch mit meinem Meterstab schauen, ob wir auf der richtigen Höhe sind und bei mir muss das Ganze aber noch etwas tiefer. Deswegen mit der Wasserwaage nochmal kontrollieren, am besten eine kleine Holzlatte auf unseren Zaunpfosten drauf geben und dann mit einem Hammer den Pfosten etwas tiefer klopfen. Meine Höhe stimmt auf jeden Fall und mit der Wasserwaage habe ich nochmal grob nachkontrolliert, dass es natürlich auch gerade steht. Bei mir sollte das auch auf jeden Fall passen und als nächstes habe ich mal eine einfache Holzlatte über das Loch drüber gegeben. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir unsere Höhe fixieren und hierfür können wir am besten natürlich eine Schraubzwinge einmal von außen ansetzen. Dann kann der Zaunpfosten auf gar keinen Fall mehr von der Höhe sich irgendwie verändern. Zum anschließenden Betonieren verwende ich ganz normalen Beton in einem 40 Kilo Sack. Schaue, dass ich das Ganze natürlich nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest anrühre. Und du könntest aber auch noch speziellen Ruckzuck-Beton verwenden. Der wird einfach schneller fest, aber kostet natürlich auch etwas mehr. Ich gebe also sauberes Wasser in meinen Mischeimer rein, danach meinen Beton und vermische es mit meinem Rührgerät. Die Konsistenz schaut super aus, weswegen ich den Beton jetzt einfach mal in mein Loch einfüllen kann. Und danach stampfe bzw. verteile ich den Beton noch etwas mit einem einfachen Holzstück, dass sich natürlich auch keine Hohlräume irgendwo bilden können. Bei mir haben ca. 60 Kilogramm Beton hineingepasst. Und ich habe das Ganze mal bündig mit dem Beton von meinen Randsteinen gemacht. Denn am besten sollten hier noch ca. 10 Zentimeter Platz sein für Erde später, dass hier natürlich auch der Rasen dementsprechend weiter wachsen kann. Zum Schluss würde ich sicherheitshalber auf jeden Fall nochmal mit der Wasserwaage nachkontrollieren. Auch bei meiner Höhe schaue ich nochmal. Und wenn es irgendwie nicht passen sollte, dann könnten wir jetzt natürlich auch noch dementsprechend etwas nacharbeiten. Bei mir schaut es super aus, weswegen ich die Halterung einfach mal für eine Woche dran lasse. Mich stört das Ganze nicht und dann sollte der Beton auch dementsprechend schon ausgehärtet sein. Und somit haben wir so einen Zaunpfosten auch schon richtig einbetoniert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Zaunpfosten oder natürlich auch einen Doppelstammartenzaun zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon für Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.